Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest. Und jetzt versuche ich mal hier irgendwie wieder rauszukommen. Ist nämlich gar nicht so einfach, glaube ich. Ah, nein, 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 nein. Ah, ouch. Okay, hier komme ich nicht her. Will heißen, ich muss da drüben erstmal speichern. Ah, böser Frosch, böser Frosch, böser Frosch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Irgendwie wieder hier hochkommen. Puh. Äh, und jetzt? Oh. Okay. Hier hoch. Gut, 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 gut. So weit, so. Gut. Nachhinein. Okay, nein, 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 nein. Keine Chance. Wie komme ich da hoch? Ach, ich muss, glaube ich, da rüber. Okay, 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 ich glaube, ich weiß, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Böser, böser Affe, böser Affe. Ganz, ganz, böser Affe. Oh. Holy shit. Speichern. Sowas von speichern. Huh. Huh. Halalala. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das ist schon echt, äh, spannend, muss ich sagen. Okay, jetzt, hier, da, zack. So, jetzt wollte ich da rüber, genau. Mach ich das doch mal. Das hatte ich nämlich jetzt noch gar nicht gemacht, in diesem... Ja, super, richtig klasse, danke sehr. Oh ja. Oh ja. Untertitelung. BR 2018 Puh, okay, entschuldigt, dass ich so still war gerade. Aber jetzt, äh, werde ich mich mal hier. Nein, nein. Komm schon, ich schaff das doch. Nein, ich bin tot. Scheiße. Verdammt, warum speichere ich denn da oben nicht? Sag mir doch, dass ich speichern soll, Leute. Besonders, nachdem ich jetzt nur noch ein Leben habe. Und wahrscheinlich hier sterben werde, bei den scheiß Viechern einfach. Oder geben die einem nicht Leben zurück? Ich glaube, die geben einem auch Leben zurück, oder? Offensichtlich dieses Mal nicht. Wie hätte es auch anders sein sollen? Natürlich, wenn ich das Leben brauche, dann kriege ich es nicht. Ich glaube, wenn ich speichere, dann kriege ich ein Leben zurück. Oh, da habe ich sogar zwei zurückbekommen. Sehr schön. So, hier wird jetzt gespeichert. Jetzt habe ich alle Leben wieder. Sehr schön. So. Auf geht's. Und zack. Geschafft. Wuhu. So. Dann sammle ich das hier mal ein und speichere einmal. Natürlich. Und ja, hier geht's jetzt weiter. Oh Gott, hier geht's. Genau, da wird weiter. Ah. Oh. Holy. Holy. Shit, 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 shit. Ah. Mein Gott, wie soll das denn gehen, ey? Okay. Okay. Schnell. Ah. Ah, okay. Ähm, das ist übrigens auch was, was ihr hier jetzt noch öfter sehen werdet. Von daher, gewöhnt euch aber dran. Ah. 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 Oh Gott. Oh mein Gott. Errungenschaft. Jägerlauf. Oh mein Gott. Toll, wie komme ich da jetzt rein? Ach so. So. Ha, okay. Ja, nice. Cool. Und jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ahahaha. Doch, natürlich komme ich da noch hoch. So, und das hier sind ja Hebelchen. Zack. 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 Oh, okay. Sehr cool. Eine Lebenszelle. Oh mein Gott, ich bin so froh. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Ein Brunnen. Speichern. Sowas von speichern, Leute. Holy fuck. Gut. Und jetzt. Wie geht's weiter? Ich will da hoch, genau. Das wäre cool, wenn ich da hochkäme jetzt so. Und einmal Kartenstein einsetzen, bitte. Will heißen. Uh. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Heißt, hier geht's doch noch ziemlich weiter. Ziemlich weit weiter. Und hier auch noch. Da hinten ist noch ein Baum. Mein Gott, da muss ich hin. Hm. Okay. Gut zu wissen. Da muss ich da auf jeden Fall noch hin. Und da in der Ecke scheint auch noch irgendwas zu sein. Also, hier, da. Mal schauen. Gut. Jedenfalls. Gucke ich jetzt erstmal. Hier. Da ist nämlich noch was. Uh. Fähigkeitszelle. Ich glaube, das war's auch erstmal. Genau. Dann gehe ich jetzt natürlich nochmal zurück. Hallo Facebook. Ja, ich habe meinen Freund vorhin gefragt, wie ich nochmal zu diesem Level hier komme. Weil ich das nicht mehr wusste. Und der hat mir natürlich lieb, wie er es geantwortet. Mit. War beim ersten Portal. Richtig. Habe ich dann auch herausgefunden. Nicht beim allerersten, sondern beim zweitersten sozusagen. Und ja. Genau. Dann gehe ich jetzt noch einmal hier rüber. Aua. Oh. Oh. Nein. Verdammt. Okay, jetzt muss ich diese Zelle nochmal einsammeln hier. Richtig? Ja. Uap. Tata. Okay. Einmal hier längs. Und die Fähigkeitszelle einsammeln. Und dann geht's zurück. Und dann wird einmal gespeichert. Und dann kann's weitergehen. Ach, ich habe die Karten, die Karten, die hat ja noch gar nicht reingepackt. Tada. So. Jetzt bitte hier noch einmal speichern. Dankeschön. Wuhu. Da muss ich gar nicht mehr hin. Einfach, weil ich's kann. Oh, scheiße. Hier komme ich ja gar nicht mehr zurück jetzt. Verdammt. Ach, ich könnte mich mit dem... Mit dem Brunnen wieder einfach darüber teleportieren. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ich teleportiere mich mit dem Brunnen einfach wieder zurück zum... Wo ist der Brunnen? Da oben ist er. Oh Gott. Jetzt hätte ich beinahe wieder einen ganz bösen Fehler gemacht. Äh, Momentchen. Jetzt bin ich gerade hier runtergefallen. Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Verdammte Hacke. Ah, doch. Huch. Äh. Okay. Noch einmal hier entlang. Da. Und zack. So, dann kann ich nämlich hier... Mondgrotte? Ne, da will ich auch gar nicht hin. Ist das die Waldsenke? Ich geh einfach mal zur Waldsenke. Mehr wie... Schiefgehen kann's ja nicht. Und dann kann ich mich immer noch neu teleportieren. Huch. Genau. Hier hat das Ganze angefangen. So, und dann kann ich ja jetzt hier quasi auch einmal... Uah. Hä? Moment mal. Wieso komisch denn deine Show? Ach, weil ich... Vielleicht das hier hoch muss, ha? Ja, okay. Ha. Juhu. So, ich werfe jetzt immer mal wieder, ähm, Blicke auf die Karte. Verzeiht mir das, aber, ähm... Wichtig. Und so. Weil ich einfach auch wissen muss, wo ich hin muss. Und zwar muss ich tatsächlich da rüber. Okay. Oh, willst du wissen? Okay, hier unten war ich, glaub ich, auch noch nicht, ne? Da so, so ganz unten, unten. Hier geht's nämlich irgendwie auch noch weiter. Da unten ist nämlich noch ne Fähigkeitszelle. Die werde ich mir dann nämlich auch direkt mal schnappen jetzt gleich. Zack. Tada. Willi, ich hab schon drei Fähigkeitspunkte jetzt. Und jetzt muss ich aber irgendwie wieder hochkommen. Haha, haha, ich bin so gut. Ich bin so gut. Okay. Das könnte schwierig werden. Puh. Ah, hier komm ich aber auch hoch. Oh, stimmt. Es wird hier aber einmal gespeichert, weil ich echt Angst habe hier vor. Oh. Ups. Zack. Krieg mir das? Dass ich hier einmal speichern kann? Dankeschön. Nein, nicht schon wieder. Okay, ja, dann lass ich mich jetzt einfach sterben hier. Weil ich bin zu faul, da jetzt nochmal hochzulaufen. Ich würde mir interessieren, wie viele Tode ich mittlerweile habe. Wartet kurz, das kann man doch hier sehen. 94 einfach. Das sieht man hier. Da. 94 Tode. 94 Tode. Und ich spiele, wie lange? Dreieinhalb Stunden. Okay. Ich glaube 45 habe ich jetzt angefangen, ungefähr. Mal so ganz grob. 40, 45 so in dem Dreh. Oh oh. Oh, das war knapp. Genau, hier muss ich jetzt rüber. So, und hier wird einmal gespeichert. So, hier muss ich mir jetzt nicht mehr so viele Gedanken machen, weil ich will ja eigentlich runter und nicht rüber. Will heißen, ich muss diesen komischen Hebel nicht nochmal aktivieren. Sondern einfach nur hier durchschlendern, ein bisschen Erfahrungspunkte einsammeln und wahrscheinlich jetzt gleich den vierten Erfahrungspunkte-Punkt kriegen. Na, noch nicht ganz. Schade. Ah. Holy shit. Holy shit. Zurück. Zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Badam, badam, badam. Äh. Wow. Lass mich mal hier runterschleiden. So. Genau, hier hatte ich jetzt nämlich tierische Angst vor. Okay, hier werde ich jetzt nämlich einmal speichern und werde meine Punkte verteilen. Und ich habe ja mittlerweile schon wieder vier. Fähigkeitenmarkierung. Fähigkeitszellen werden auf der Karte angezeigt. Werden sie das nicht sowieso schon? Ich meine, die werden das sowieso schon. Den Luft sprinten. Oh, das ist cool. Das nehme ich auf jeden Fall. Was haben wir hier dann? Das Erstellen an der Seelenverbindung stellt zwei Lebenszellen wieder. Oh, das ist eigentlich mega gut für mich. Erhöht die Ausbeute bei Geisterlicht. Eigentlich ist das für mich wichtiger. Ich nehme das erst mal. Okay. Ach. Oh, geschafft. Oh Gott, ich habe es geschafft. Okay. Hä? Was darf denn? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach so, von der Seite wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott. Ich, äh, ahne Böses. Huch. Was bist du denn für einer? Oh. Ahahaha. So geht es natürlich auch. Sehr gut. Das war absolut so geplant. Speichern. Meine Fresse, was ist das denn für ein Teil? Oh mein Gott. Wow. Wow. Holy moly. Kann ich da unten auch weiter? Da unten ist ein Baum. Musst du den Baum? Lass mich zu dem Baum. Ach, da komme ich gar nicht her. Oh, verdammter Hacke. Oh. Okay, wartet. Oh, verdammt. Okay, ich hätte es fast geschafft. Fuck. Get the guy. Okay. Okay, okay, okay. Kann ich hier speichern? Nein, natürlich kann ich hier nicht speichern. Wow. Haar geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was bist du denn? Oh mein Gott. Hier bin ich aber bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, lass mich mir hier speichern. Ich will dieses Ding nicht nochmal machen müssen. Oh Gott. Noch eins. Ja, alles klar. Ach, du schon wieder, ey. Okay, hier muss ich aber gar nicht, das muss ich gar nicht tun, okay. Was denn? Oh, es geht weiter mit der Story. Licht und Dunkelheit in Unschuld geboren. Oh, ich verstehe. Und obwohl sie lichtlos war, wurde eine Freundschaft geschlossen. Oh, ich kriege gerade richtig Gänsehaut. Das ist so süß. Doch die entstandene Bindung wurde schon bald getrennt. Oh, aber warum? Oh nein, das ist doch gemein. Wie schade. Ach. Also ich habe jetzt zumindest verstanden, dass Ori und die ganzen kleinen Oris halt, dass die das Licht symbolisieren und Naru ist tatsächlich die Dunkelheit. Und das hat man ja auch gemerkt, weil hier in dieser Gegend, wo die leben, alles dunkel war. Ich sollte vielleicht speichern, möchte ich? Oder? Ah, okay, ich werde hier auf jeden Fall mal speichern. Einfach sicher ist sicher. So. Der Baum. Sol konnte unser Licht werfen. Selbst im Dunkeln konnte sie sehen. Sie lebte in diesem Hain, doch jetzt ruht sie hier in Frieden. Konnte im Dunkeln sehen? Du hast den Lichtstrahl erhalten. Nutze diese Fähigkeit, indem du LB drückst und hältst oder hältst und somit einen Lichtstrahl wirfst. LB? Oh! Oh! Wie cool! Oh, das ist ja mega gut. Verbraucht das irgendwas? Oh, das war... Oh! Nein, gib mir das zurück! Kann ich das wieder einsammeln? Das verbraucht diese blauen Orbs. Oha! Okay. Das ist dann irgendwie doof. Aber auf jeden Fall ziemlich cool. Ich möchte doch nur da hin. Heißt doch bestimmt irgendwas zu holen. Ach, ich verstehe. Ah! Okay. Heißt, ich kann damit jetzt diese Fackeln anzünden. Aber irgendwie ist das da jetzt so ein bisschen schwierig gerade. Okay, so wird das nix. Gut, dass hier unten in das Ding ist, in dem ich das immer wieder probieren kann. Kann man die auch hier ausmachen, die scheiß Fackeln? Weil irgendwie komme ich jetzt da oben ja nicht mehr dran, ne? Ah doch. Das geht doch. Yay! Okay, und nü? Jetzt muss ich zusehen, dass ich hier um die Ecke werfe. Wie soll ich das denn machen? Das ist halt ja witzig. Ah, bingo. Errungenschaft zündend freigeschaltet. Ah, das hat das Ding auch ausgemacht. Oh, sehr schön, sehr schön. Oh, lalala, 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 lalala. Okay, und wie komme ich jetzt darüber? Wartet mal. Ich speichere einmal. Kann ich diese Dinger auch als Katapult benutzen? Wartet, wartet, wartet. Ich will das jetzt ausprobieren. Ja! Oh mein Gott! Wie gut! Ich kann die Dinger als Katapult benutzen. Okay, ähm. Jetzt nur die Frage, wie komme ich hier wieder weg? Muss ich da unten her? Das wäre ja mega nervig. Da oben ist noch eine Ecke, in der ich nicht drin war. Wie komme ich da hin? Komme ich wahrscheinlich jetzt noch gar nicht hin, richtig? Naja, okay. Ne, hier komme ich ja auch überhaupt nicht hoch. Dann müsste ich den ganzen Weg nochmal zurück und das möchte ich eigentlich umgehen. Jetzt bin ich auch schon wieder bei 20 Minuten. Ähm. Ja. Gut, ich würde sagen, ähm. Ich speichere hier mal. Versuche ich noch da durchzukommen. Zack. Und dann versuche ich hier wieder hochzukommen und beende das Ganze hier aber mal an der Stelle. Aua. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich versuche jetzt noch da hinzukommen. Aua. Aber wie soll ich da hinkommen? Das geht doch gar nicht. Es sei denn, ich benutze mein Dingsbums wieder als Katapult, aber... Ist es mir das wert? Okay, ich versuche es einfach einmal. Komm. Ah nein, das hat nicht funktioniert. Okay, es funktioniert offensichtlich nicht. Ja, lass mich doch einfach sterben, ey. Okay, ich beende es jetzt hier. Bevor es noch zu viel wird, es ist schon dunkel geworden. Einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.